Herzlich Willkommen zu einem neuen Heyday Video. Kurze Info an euch, es wird ein optionales Update kommen und zwar wird dieses Menü hier repariert. Ich weiß nicht genau, ob das auch repariert wird, das man wieder halten muss. Auf jeden Fall wird die Ansicht repariert, nämlich wird das, was man für das Produkt braucht, nach rechts verschoben und die Anzahl, die man von dem Produkt hat, kommt neben dem Produkt. Kann ich euch leider noch nicht zeigen, habe ich noch kein Bild von. Auf jeden Fall, wie gesagt, kommt das nach rechts und die Anzahl des Produktions kommt nach links und ein weiteres Ding vom optionalen Update ist, dass ein Crash bzw. ein Absturz vom Spiel im Layout-Modus war, der jetzt gefixt wird und dann das Spiel dann nicht mehr abstürzt, wenn man im Layout-Modus ist. Ich meine, Layout-Modus war ja schon immer verbuggt, aber vielleicht wird es ja dann dieses Mal besser sein und ja, dieses Mal wird das dann rechts sein. Ich weiß nicht, ob es rechts unbedingt besser ist, müssen wir mal abwarten und gucken, wie das Update dann ist. Wann es kommt, kann ich euch noch nicht sagen, sind wie gesagt nur die zwei Sachen und ja, war eigentlich für heute geplant, aber ich denke mal, dass es dann jetzt die Tage kommen wird, deswegen einfach Ausschau halten und mal im Upside gucken, wenn ihr dann updaten könnt. Ich haute euch auf Instagram auf dem Laufenden, wenn es da ist, deswegen folgt mir mal auf Instagram, dann werde ich das posten, wenn das da ist, das optionale Update einfach runterladen, installieren und dann habt ihr hier eine andere Ansicht. Ich bin mal gespannt. Danke fürs Zusehen, denkt an den Creator-Code, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, haut rein, ciao.